Baguette, Baguette! Was ist los? Wir wollen jetzt rüberschiffeln! Wir sind ein Minutes aus dem Weg. Ihr Vater hat gerade Angst vor dir, Lieber. Bitte verstehe das. Ich liebe mich, aber Sie schauen nach dieser Frau, für einige Tage? Einige von Sapstrath-Sea-Haven wird sie kommen, um sie zu holen. Kannst du sie bis dahin sehen? Oh, sie ist hervorragend. Ja, natürlich. Ich werde sie gut geholfen. Ich werde sie nicht mehr von ihr. Dieses Kind von Abandömen kann wirklich beeinflussen unsere Emotionen in Sachen und Sachen. Jude! Vater, ich habe meine Meinung gemacht. Ich gehe mit Mila. Du bist nicht mit der Frau, mit der Frau. Die Dinge, die du mit dir geholfen hast. Schau dich hier. Ich kann nur nicht ausfüllen von euch, kann ich? Alvin? Mein neues Job nicht wirklich ausfüllen. Ich habe noch nicht alle die Geld, die ich letzte Mal hatte. Also, ich denke, du bist mit mir. Du bist mit uns gekommen? Du kennst dich diesen Mann? Ja, wir sind alle Freunde von Travelen. Alvin! Kannst du glauben, dass diese Meanies uns abandögen? Du poor little Spud. Du kannst uns so gut kämpfen wie sie können. Komm schon, wir bringen die Kind und ihre Toile zusammen. Du kannst dich mit uns legen. Aber Alvin? Kein Fragen. Ich werde sieili, wenn sie getren. Komm schon mal, Rowan. Du bist mit uns, Butler. Arrgh! Fast call for boarding. The ship will be departing momentarily. If we can't pry people off, I guess they have to come. Well then, what are you waiting for? Hurry aboard. Yay! It seems I am no match for you. And now you two. Yeah, I better get aboard. Jude! Dad. Don't you have something to say to your parents? Goodbye. Remember, taking responsibility for your actions is part of becoming an adult. This tub's bound for Locutum Seahaven. I thought you were heading for Fenmont. You're asking this now? You really do go with the flow, huh? Like, literally. I couldn't care less where we wind up. I'm only here to look after Miss Elise. And me, me, me! The man's back together! You're not exactly part of the bargain. Rowan, please tell us your plan for taking us to Azul. Very well. I believe trying to force our way through Fort Gondala now would be a suicide mission, to put it bluntly. I saw the fortress's security columns being activated as we were escaping, right after Mila was injured. And those are... They're weapons made by humans using Earth Spirits. It would take an entire division of soldiers to defeat those automata. And only if they had a clever strategy. But the sea roots to Fenmont are still closed. So if we're heading to Azul... You mean to cross from Azul to Fenmont over land? That's quite a hike. What do we do about Fezzabelle Marsh? Oh, yeah, that's true. That swamp apparently stretches forever north of Fenmont. It's supposed to be the natural equivalent of Fort Gondala in terms of fortification. Isn't that marsh impossible to cross? Something about the spirit climb being too severe? Most of the time. But the interseasonal winds have blown, which means that Solum is upon us. That means the spirit climb has shifted from Ephrita to Renome. Fezzabelle Marsh should be possible. For now, anyway. If you say so. I'm not sure I understand either. Uh, in other words, we're good to go if we hustle through the marshes, right? Exactly. In any case, hustling is the order of the day. It seems we have little time left. Why? What's gonna happen? I have received word that even after you left Sherilton, the Golems and Fort Gondala remain activated. This does not bode well for us. It's a clear sign that Roshagal is readying for open war. With who? With Azul? Why would they want to do that? I must destroy the Lance of Kresnik before it can be used in battle. What's wrong? There's a person in there. Huh? Friend of yours? Haha. Yeah. A real barrel of fun. I got so bored waiting in there. I must have fallen asleep. Then you'll be well-rested for the return trip home. Return trip? I'm coming with you. This isn't a game. I know, right? Who are you? This is Alvin, her little buddy. Pleasure to meet you. I'm Leia. Pleasure to meet you too, little buddy. Little buddy? It's okay, right, Mila? I can come along? Perhaps. Why do you want to? Wait, seriously? Your strength really inspired me back at the mine. I thought to myself, I want to be just like you. Hmm. Well? Is that it? I thought you might say that. Hold on. What is that? I filled the scrap of paper with all kinds of reasons. Take a look. Reasons why you should come with us? Yep. At least a hundred. Very well. You can come with us. I like you. You're so very... human. You've got to be kidding. Okay. Now that it's all official. I'm happy to join. Thanks for asking. What? Leia, you can't just sneak onto a ship. That's against the law. Oh, wirklich, Mr. Roshagal's Most Wanted? Sie hat dich da. Oh, keine Angst. Ich gebe die Zähler's-Free-Coupons zu meiner Familie in exchange für meine Passage. By the way, wie warst du, dass wir nach Lakutam-Sea-Haven sind? Funny story. Ich bin auf ein Land, das ich erwähnte, war zu Sapstrap, aber es wurde nach Lakutam-Bound. Wait, also hast du auf den falschen Land und uns nur von chance gefunden? Dumb luck ist truly a frightful thing. Jo. Ich habe diesem Idioten immer wieder gesagt, dass der Himmel blau ist, aber wir mir einfach nicht glauben. Könnt ihr bitte aufklären, der einzige Ort mit einem roten Himmel ist Lakutam. Warum sollte der Himmel blau sein? Das kann ich mir nicht vorstellen. Wirklich? Moin. Ich bin der Haarknotenmeister. Ich habe mein Leben der Kunst der Haarknoten gewidmet. Nach jahrzehntelanger Forschung habe ich endlich einen Weg gefunden, den ultimativen Haarknoten zu binden. Wenn ihr ebenfalls ein wahrer Verehrer des Haarknotens seid, bin ich gewillt, mein Geheimnis mit euch zu teilen wie wert. Zunächst muss ich eure Haarknoten-Verehrung testen. Bring mir einen Haarknoten, der mich absolut beeindruckt. Wenn ihr das könnt, gehört der ultimative Haarknoten euch. Mach ich. Was habt ihr da? Das? Es ist ein Pendant. Ich habe das gesehen. Ist das nicht Mila's? Du sagst, dass du diesen Pendant schäuert hast. Ich habe. Das ist warum ich es zu Jude gab. Hm. Ein Geheimnis von Mila, oder? Ein Geheimnis von der Lord Maxwell selbst. Ich wundere, wie viel ich das kann. Es ist nur eine Bede aus Glas. Its Wert ist nur sentimentale. Wie interessant. Können wir uns die Geschichte hinter dem Hintergrund erzählen? War es vor 14 Jahren? Ich habe mir eine Karte für einen Tag. Ich erinnere mich über ein paar Kinder und spielen mit ihnen mit ihnen. Ich glaube, dass du einfach in deinem Schrein wirst, während die Leute dich lieben. Normalerweise, ja. Das war die erste und letzte Mal, dass ich immer so spielen wie die Menschen machen. Selbst nachdem ich ihnen gesagt habe, wer ich bin. Sie haben mich nicht mehr zurückgehalten. Sie haben mich zu Tag in Hüte und Seek verletzt. Ich bin glücklich, dass du nicht die Vögel von der Vögel verletzt hast. Ich hätte, aber ich hatte die Vögel von der Vögel auf eine spezielle Mission. Also, wenn sie da gewesen sind, würde sie wirklich benutzen? Eine spezielle Mission für die Vögel. 14 Jahre ago. Sie waren wild, rambunctious Kinder. Aber wenn ich ging, gab sie mir das Glasbead und sagten, dass wir morgen wieder spielen können. Sie haben wohl Freunde gehalten. Du weißt, ich habe nie mehr als Menschen gefühlt, als ich auf dem Tag hatte. Das war, als ich wusste, dass ich sie schützen wollte. Eine herzliche Geschichte. Ich weiß nur, wie du fühlst. Dann ist das ja auch mal wieder geklärt. Hatte mich auch so ein bisschen noch interessiert. Na, dann schauen wir mal weiter. Was gibt es hier noch so? Moin. Hallo. Verdammt nochmal. Wenn ich euch schon Mühe, die Mühe macht, dann macht das auch richtig. Wenn das so weitergeht, seid ihr bis Sonnenuntergang nicht fertig. Ich streng mich ja an. Und natürlich werde ich bis Sonnenuntergang nicht fertig sein. Weil hier Geisterklima von Lakutan immer Sonnenuntergang ist. Immer. Du hast La Ronde nicht überhaupt gesagt, dass deine Eltern, oder? Wolltest du nicht nach Hause gehen, um sie zu sehen? Deine Mutter ist wahrscheinlich immer noch fummig. Ja. Einfach nur ja. Reicht. Ja. Die ist bestimmt stinksauer. Aber das reicht. So. Moin. Ist hier was? Hallo. Die Bewohner von Rasugay und Aujul Sollten ihre sinnlosen Streitereien begraben Und lernen miteinander auszukommen. Ich für meinen Teil würde besonders gerne Leben mit den Mädchen aus Lernen mit den Mädchen aus Aujul Auszukommen. Ich bin ebenfalls gegen sinnlose Krieger. Aber was den Kampf der Geschlechter angeht, Kommt dein Waffenstillstand nicht in Frage. Hm. Weißt du Bescheid. Weil hier immer Sonnenuntergang herrscht, Gehen alle Besucher nach der Ankunft Erstmal auf dem schnellsten Weg ins Gasthaus. Ganz gleich, wie spät es wirklich ist. Das Gasthaus verdient sich dumm und dämlich. Das ist auch mal was, ne? Angeblich gibt es in einer Stadt namens Leronde einen Arzt, der ganz eigenartige Methoden anwendet, um Verletzungen zu heilen. Ja, den kenne ich. Das ist mein Vater, du. Die Spezialität des Hauses in einem Schauschuh namens Götterdemont. Er ist raffiniert und voll im Geschmack, wenngleich manche Leute ihn als gewöhnungsbedürftig bezeichnen. Schmeckt wie Schwedentrunk. Lecker. Ist es nicht. Speichert, bitte warten. Hat er. So, jetzt könnten wir hier wieder schlafen oder essen kaufen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen... Da war doch gerade ein Skid. Ist es sicher, dass du dir die Schauschuhl hinterlassen? Oh, ich versuche dir, dass ich nicht der einzige, der für sie nachher schaut. Die Hausstaff hat die Cheryl-Familie seit Jahren verarbeitet. Und die Mitglieder von Sherylton sind immer so unterstützt. Es ist alles wegen der fairen Liederschaft von Herrn Klein. Es ist nicht nur das. Tracelle arbeitet wirklich hart, um stark zu bleiben. Sie ist so cool. Kein Wunder, dass sie Ellie's Freund ist. Ja, das ist wahr. Wir sind alle ziemlich stolz von unserer jungen Frau Sheryl. Wir wollen alle versuchen, dass sie uns stolz von uns zu machen. So, hier ist nochmal ein allgemeiner Einkaufsladen. Und? Was ist hier denn los? Hey, sind wir nahe mit Niakara? Sind wir? Nichts, du willst nachher kommen? Warum? Ich habe keine Arbeit dort. Ist es ein Grund, dass du gehen willst? Nein, natürlich nicht. Ich habe nur gedacht, dass die Villager vielleicht Angst haben. Sie dich schützt, weißt du? Ich erhebte deine Angst für die Villager. Aber wir haben keine Zeit für den Weg. Wenn wir nach dem Lekutam nach Norden gehen, werden wir nach einer Stadt genannt wie Shandu. Wir sollten dort erst gehen. Holden Sie die Hände. Was ist das Monster, der die Lekutam aufhörte? Was ist es, der Lord von Lekutam? Meine, Sie sind gut informiert. Der Lord von Lekutam ist ein schlapp, wie auch andere Monster. Jetzt, dass wir in eine Gnome haben, wird der Lekutam positiv sein. Ich glaube, es wird aufhörte, woher von Lekutam. Ja, ja. Hey, little buddy! Kein Grund für Angst. Nicht zu mir, dass ich dich aus dem Monster, aber... Dann, los geht's auf Lekutam. Okay. Jetzt ist das ein ziemlich tolles Gerät. Du bist wirklich eine sehr beeindruckende Figur. Tada! Schau! 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 Ähm... Bis zum nächsten Mal. Schau!